So, wir befinden uns heute in der Pudelschwede. Hier war ich noch nicht. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Körper verbrennen müssen wir diesmal fünf Stück. So, und dann sind die Zombies haben wir hier, die müssen noch mal probieren sein. Ich bin nur beschleunig. Oh, ich bin kein Neuler Haus. Da darf ich's recht sein. Kein. So. Summonen wir natürlich alles ein. So. So. Ah, hier ist schon einer von den Körpern, okay. Sack. Da geht es nicht hoch. Hier haben wir die nächsten. Und hier haben wir schon die restlichen, okay. Das ging ja schnell. So, schicken wir zu müssen, ist ja kein Problem. Das ist nevonèrein geworden. Ah, jetzt ist sie da. Das Tor wahrscheinlich auf. Genau. Ey, wird misslich fixiert auf meiner Gelag. Kannst mir das mal sagen. Schon hier fachgesputt. Da hat man eingefübt. ja so und vernichten das ging ja schnell Ah ne, Wilfred, Fragezeichen. Okay. Klar, Zwischengegner. Ach, das ist der von ganz am Anfang von Einführungsquest. Verstehe. Verstehe. Dann gelösen wir ihn von seinem Leiden uns zu dem Toter. So, Diebstahlpaket haben wir nicht. Wir hätten jetzt auch nichts Interessantes verloren. So, dann verzauern wir auch noch mit. Haben wir ja noch nicht genug von. Aha. So, was haben wir hier noch? ... ... ... ... ... So, wir haben hier noch ein Symbol. So, sag mal... Also ich muss kurz im Inventar schauen, ob ich hier überhaupt noch Platz habe. Nicht mehr allzu viel. Okay. Oh, falsche Taste. Zweimal falsche Taste. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und natürlich den Krankenkumpel zusparen. Nehmen wir den einfach mal direkt. So. Dann geht's hier weiter. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Löwen wir mit! Das ist so! Äh, msss. Na, kommst du mit? So. Ah, hier vorne ist schon, ähm, 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 nächster Einstiegspunkt, nächster Lager. Äh, sieht ja ekelhaft aus. Ja, so sieht das wohl in der Kanalisation aus, äh, wenn jemand Brechreichs hatte oder so. So, dann erst noch mal in 200 Tagesschart, in 200 Tagesschart. So, wir haben eigentlich alles genommen, was wir nehmen können, ob es sich hier überhaupt lohnt. So, in 26 Minuten können wir es wieder beten. Soll ich hier mal meinen anderen Gefährten nehmen oder so? Ich glaube, den behalte ich erst mal. Können wir hier noch irgendwas ausrüsten. Ach, hier, Verteidigungsplatz, ähm, für 6% Gefährten würde ich gut finden, aber... ...und, bis 6% Buszeit, äh, nehmen wir mal das, zack. Wie viel AP hat er jetzt? 8,2, okay. Für die Nummer nix, für die Nummer auch nix. Ja, dann warten wir erst mal unsere, ähm, Paula, die wollte ich jetzt schon sagen. Kleriker natürlich. Wir haben nochmal geschaut, ja, die selber kommen in Krütze. So, dann gehen wir. So, dann gehen wir. Jo Bones, da ist ja auch da. Sierdra, okay. Dann wollen wir mal hinein.